Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 298. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hi, hi. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Also, der Herr Basti ist noch außerhäusig unterwegs, da wissen wir noch nicht genau, ob der hier dazukommt, aber wir halten mal hier so eine Sitzreihe für ihn frei, dann kann er sich hier nachher noch breit machen, falls er noch dazukommt und ansonsten müsst ihr Hörer da draußen mit uns vorlieb nehmen, aber das schafft er, glaube ich, auch ganz gut. Ist ja nicht so schlecht, die Besetzung hier. Wir haben wieder einiges an Themen gesammelt und es sind auch wieder einiges an Themen von euch da draußen reingeschickt worden. Bevor wir auf das letzte Spiel gucken, haben wir nochmal einen Nachtrag zu dem Spiel davor bekommen von unserem Hörer Ed Superheld, der nochmal auf das Thema Videoreferee eingehen will. Ich will es nur der Vollständigkeit halber hier einmal kurz anreißen. Im Grunde geht es im Prinzip darum, dass er es ungerecht findet, dass man zwar versucht, durch den Videobeweis eine größere Gleichberechtigung herbeizuführen, aber das nicht schafft, weil man eben einfach viele andere spielentscheidende Situationen wie falsch gegebenes Abseits oder nicht gegebenes Abseits ja nur dann irgendwie in Betracht zieht, wenn daraus auch ein Tor irgendwie entsteht. Also man greift in bestimmten Situationen ein und schafft da vielleicht in der Tat wirklich mehr Gerechtigkeit, aber schafft es halt wiederum nicht über das ganze Spiel, weil man in bestimmten Situationen nicht angreift. Das war ja auch so eine Situation, die auch schon im Rasenfunk hoch und runter diskutiert worden ist. Das war, glaube ich, in der vorletzten Folge, wo die Edward-Piratin ja auch zu Gast war. Da gab es ja schon einiges an Diskussionen. Würdet ihr der Geschichte so zustimmen oder seht ihr das anders? Die Frage ist dann, was genau, ob ich dann den Videobeweis schlecht finde oder welchem Punkt entsprechend von der Sache jetzt zustimme? War das eine spezielle Frage? Ja, es war so bezogen auf dieses Abseits von Rebic in der 68. Minute, wo er abgefiffen wurde, wo er sagt, naja, würde es in dem Fall nicht eigentlich mehr Sinn machen. Ich glaube, das ist auch mittlerweile so die Regel, die die DFL da rausgegeben hat, nicht dann zu pfeifen, sondern zu sagen, naja, im Zweifel für den Angreifer und lass halt das Tor erstmal machen. Und dann guckst du im Zweifelsfall ja sowieso dir die letzte Viertelstunde nochmal an, ob da irgendwas passiert ist. Aber es zeigt sich halt einfach so ganz klar, es gibt halt einige Situationen, wo halt nicht eingegriffen wird, wo es halt schwierig ist. Und so finde ich es halt einfach vom Konstrukt her und so nehme ich auch seine Ausführung wahr, unausgegoren würde ich es jetzt mal nennen. Ist auf jeden Fall so. Also dann auf die Frage kann ich nur sagen, stimmt. Ich finde es aber auch fürchterlich intransparent, wann jetzt wirklich wer wie einschreitet. Das wirkt manchmal, als wäre es willkürlich. Bin ich auch voll dabei, diese Situation dann wirklich zu sagen, jetzt wurde geschaut. Oder auch mit diesen Abseits-Situationen, wo oft gesagt wird, ja, jetzt war es nicht möglich, eine Linie zu ziehen. Hier ist es möglich, eine Linie zu ziehen. Das ist sowieso. Also da gibt es viele Situationen, da muss auch unbedingt noch nachgebessert werden in meinen Augen. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, die sehr weit treffen könnte. In der Situation definitiv, ja klar, hätte man weitermachen können, auf jeden Fall. Also ich finde den Ansatz auf jeden Fall ganz sinnvoll zu sagen, man könnte es wirklich so machen, dass man im Zweifel für den Angreifer das Spiel erst mal laufen lässt und dann die Szene im Nachhinein bewertet. Das kann sinnvoll sein. Inwiefern sich das dann so ausufert, dass du dann halt nicht nur bei solchen Szenen, sondern vielleicht gibt es dann Leute, die dann sagen, ja, wir wissen nicht genau, ob das ein Foul war, da lassen wir auch erst mal weiterspielen. Das kannst du ja auch auf andere Szenen übertragen. Ich weiß nicht, es ist grundsätzlich nicht einfach, aber ich finde die Idee zu sagen, komm, wir probieren das mal, dass wir sagen, wir lassen das mal laufen und schauen dann, ob es Abseits war und dann war es kein Tor, weil es halt vielleicht doch Abseits war oder weil vielleicht die Szene dementsprechend anders gewertet hätte werden müssen, finde ich grundsätzlich erst mal sinnvoll, ja, weil du greifst schon, du greifst wahrscheinlich schon zu kurz, wenn du sagst, hier geht es im Endeffekt nur um Elfmeter oder so, ne? Ja genau, das ist es halt, du pfeifst irgendwie im kritischen Spielzeug ab, weil du sagst, es ist Abseits, es war aber kein Abseits, aber der Videoreferee kann halt in dem Moment nicht eingreifen, um es dann halt wieder rückgängig zu machen, mal davon abgesehen, dass du in so einer Situation die Torchance sowieso nicht wiederherstellen könntest, außer du würdest an der Stelle den Elfmeter geben, aber auch das macht ja dann irgendwo keinen Sinn. Also es ist halt so oder so eine schwierige Situation erst mal, ja. Ja, aber du musst schon versuchen, diese Gleichheit herzustellen, insofern hat der Superheld auf jeden Fall recht. Es wäre zumindest zu überlegen, diese Regel dementsprechend auszuweiten, um halt auch aus der spielerischen Situation her diese Gefahren in einen möglichen Torerfolg ummünzen zu lassen. Ja, also ich denke, das wäre schon sinnvoll. Also ja, wie gesagt, die Leute können sich den Rasenfunk da wahrscheinlich noch viel ausführlicher anhören, aber jetzt mal so kurz runtergebrochen würde ich das schon ganz sinnvoll finden. Genau, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, und damit können wir glaube ich dann jetzt auch so ein bisschen überleiten zu dem Spiel gegen Hannover, aber wenn wir irgendwas mit dem Videoschiedsrichter hatten, dann hatten wir im Vergleich zu vielen anderen Vereinen und speziell zu einem eigentlich fast immer Glück. So ja auch bei dem Hannover-Spiel, aber lass uns da vielleicht gleich erst dazu kommen. Erst mal kurz zur Aufstellung. Ein Prinz war auf der Bank, der war ja so ein bisschen angeschlagen wegen Grippe und Garcinovic ebenfalls auf der Bank. Dafür von Anfang an Fernandes und De Guzman und bei zweiterem muss ich sagen, und das war auch das, was ich auf Twitter ganz oft gelesen habe, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ist im Kader, alles gut, aber dass der sich da jetzt, ich glaube, der hatte irgendwie am siebten Spieltag das letzte Mal wirklich irgendwie in der Startelf gestanden und danach irgendwie nur so ein Zehn-Minuten-Einsatz. Also der war aus meiner gedanklichen Aufstellung vollkommen raus. Ja, hat mich ebenfalls total gewundert. Ich hätte De Guzman ehrlich gesagt nie im Team jetzt aktuell gesehen. Das war ich sehr, sehr überrascht. Hab dann aber auch das Gefühl gehabt, dass du gleich zwei Hämmer reingesetzt hast. Auf der einen Seite halt Fernandes, auf der anderen Seite wirklich De Guzman. Wo ja aber auch dann im Endeffekt Kovac danach gesagt hat, naja gut, ihn haben ja die feinen Schönspieler so ein bisschen enttäuscht beim letzten Spiel in Stuttgart. Und das war jetzt die Reaktion. Jetzt hast du mit Fernandes und De Guzman zwei, naja, wie soll ich sagen, Holzfüßler ist jetzt fies, aber schon eher so ein bisschen rustikalere Spieler reingebracht im Vergleich zu dem, was du jetzt auf der Bank beziehungsweise gar nicht an der Elf hattest. Wobei ich De Guzman jetzt eigentlich nicht so rustikal fand. Also der war schon an der einen oder anderen Stelle mit einem ganz feinen Fuß unterwegs und hat ja auch, und das fand ich halt eben auch dann doppelt überraschend, nicht nur, dass er eben nicht bei mir in der Aufstellung oder in dieser Chance einer Aufstellung irgendwie drin gewesen wäre, sondern er hat ja dann auch ganz ordentliche Szenen abgeliefert. Da waren ja der ein oder andere Spielzug dabei, wo man halt wirklich sagen kann, pass, gut gespielt. Er hatte ja auch selbst eine Torschuss, die er hätte machen können, wenn er sich den Ball da nicht so weit vorgelegt hat. Also der war schon spielerisch, fand ich, ganz weit vorne eigentlich. Ja, De Guzman hat ein brutal gutes Spiel gemacht für seine Verhältnisse. Also ich meine die ganzen, ganz einfach mal ehrlich, wann habt ihr denn wirklich gutes Spiel vom De Guzman im Eintracht-Tiko bislang gesehen? Das kannst du wirklich an maximal einer Hand abzählen. Und das, was halt jetzt passiert ist, das Spiel gegen Hannover, natürlich auch durch eine Hannoveraner Mannschaft, die jetzt nicht so ganz im Limit gespielt hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber wie gesagt, so musste er erst mal spielen und er hat es gut gemacht. Ja, definitiv, fand ich auch auf jeden Fall. Auch, was mich dann gewundert hatte, aber vielleicht habe ich es einfach so nicht im Blick gehabt, dass er dann auch die Standards gespielt hatte. Zumindest auch, ja, zum 1-0 hat er ja, glaube ich, die Flanke reingegeben. Wo man jetzt auch nochmal sagen muss, Leute, es ist so verrückt. Wir haben so lange diskutiert darüber. Wir brauchen bei schwierigen Spielen auch mal einen Standard, um das entscheiden zu können. Das glaube ich jetzt schon, wie viel Standard-Tor ist das überhaupt? Ich kann es euch gar nicht sagen. Aber es sind viele Spiele, die... In den letzten drei oder vier Spielen haben wir pro Spiel immer mindestens ein Tor durch den Standard gemacht. Total verrückt. Also diese Schwäche ist ja wirklich mittlerweile zu stark geworden. Hier hat man es wieder gesehen. Das Spiel wäre sonst vielleicht 0-0 ausgegangen oder hättest noch auch in der letzten Minute, war ja auch noch der Angriff von Hannover, das hätte auch blöd laufen können. Also muss man wirklich sagen, toll, dass wir da mittlerweile auch ein bisschen gefährlich geworden sind und hat natürlich auch ein Da Costa super reingedrückt. Auch wenn natürlich, Marvin, da bin ich auch voll auf deiner Seite, Hannover nicht den besten Tag hatte und auch die Innenverteidigung etc. bei der Ecke sehr schlecht ausgesehen haben. Ich glaube, die haben zu dritt oder zu vierten leer auf den Füßen gestanden und da Costa konnte komplett frei einnicken. Also sehr cool gewesen. Das hat mich an der Stelle sogar doppelt verwundert, weil, und das war gar nicht so weit davor, das waren vielleicht fünf oder zehn Minuten, hatten wir schon mal die Situation, dass eine Ecke war. Der Gußmann hat das Ding auch so in den Strafraum gezogen. Die gleiche Situation, drei Leute stehen um Haller und ein Da Costa kommt vollkommen frei zum Kopfball und da hat er ihn ja ganz knapp am Pfosten vorbeigedrückt. Und dann machst du einfach zehn Minuten später exakt das Gleiche nochmal und sie verstehen es einfach nicht. Sie bleiben wieder bei dem einen Stürmer und gucken nicht, was die anderen drumherum machen. Schon seltsam, aber unser Glück. Ja, und zur Offensivstärke von Hannover, also Hannover hatte über 90 Minuten ganze zwei Schüsse, die aufs Tor gingen. Ich meine, wir hatten jetzt auch nur sieben, also wir waren jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr, aber nur zwei Schüsse in 90 Minuten, also ich glaube, da kannst du nicht von wirklich Offensivkraft reden. Ich fand schon, dass wir ziemlich gute Chancen hatten. Also ich denke, das war nicht so die Masse, aber wir haben uns schon gute Chancen herausgearbeitet, aber ohne jetzt komplett ins Detail des Spiels zu gehen zu wollen, ich denke, jeder hat es gesehen, war es schon so, dass Hannover halt einen herausragenden Torhüter in dem Abend hatte. Schaune hat ein ums andere Mal die dicksten Bälle rausgefischt, immer wenn es gefährlich wurde. Wie gesagt, er wurde einmal bezwungen und das war halt gerade der Unterschied. Ehrlich gesagt habe ich mich so ein bisschen in Erinnert gefühlt an das Stuttgarter Spiel, wo es ja auch so ein relativ typisches 0-0-Spiel war, damals zu unseren Ungunsten und auch jetzt war es ja eher so Tendenz, beide Mannschaften egalisieren sich so ein bisschen weniger. Wir waren halt trotzdem auf jeden Fall besser, weil wir wirklich mehr Torchancen hatten. Und ein ums andere Mal, hier zum Beispiel gegen Haller, ich glaube gegen Wolfer, da auch mal gerettet. Also da hast du schon gemerkt, Schaune hat einen richtig brutal geilen Tag gehabt. Ja, ja, der hatte einige Dinger gegen das Ding, was Haller vergeben hat, wo er quasi mit der Fußspitze den Ball noch am Außenpfosten vorbeidrückt. Dann war die eben von mir angesprochene Geschichte von Degussmann, der sich den mal ein bisschen weit vorlegt. Da wurde Schaune auch einfach mitkriegt, okay, ich muss da jetzt raus und dem halt einfach den Weg da verkürzt. Dann hatte er das Ding von Wolf. Ich glaube am Ende Boateng hatte er auch noch mal eine Chance. Dann hatte er Boateng am Ende noch. Am Anfang waren die zwei Dinger von Rebic. Okay, der eine war so ein bisschen als Seitfalls hier, der war auch schwach getroffen, aber da halt auch einfach an der Stelle zu sein, um das Ding dann abzufangen. Also der hatte schon einfach einen Sahnetag, da kannst du nichts gegen sagen. Umso geiler, dass wir es dann trotzdem geschafft haben, zumindest in einer Szene ihn zu überwinden und dann das Ding gewinnen. Also ich bin da auch voll bei dir, Marvin, mit deiner Einschätzung. Sehr ähnliches Spiel zum Stuttgart-Spiel. Und klar, wir hatten diesmal ein bisschen mehr vom Spiel. Wir haben teilweise die Chancen dann halt leider nicht genutzt gehabt. Aber am Ende bleibt dann doch zu sagen, wir haben drei Punkte mitgenommen und geil. Und das ist halt dann der Mist, dass du halt den Stuttgarter das Spiel dann so unnötig verlierst. Aber gut, über Stuttgart geht es mir jetzt nicht. Ja, wobei ich schon fand, dass die Spielweise zwischen Hannover und Stuttgart schon ordentlich unterschiedlich war. Also Hannover hat nicht so tief in der eigenen Spielhälfte gestanden, wie es Stuttgart getan hat. Die haben uns schon mehr Lücken angeboten. Ich fand aber auch, dass wir einfach generell, was so dieses ganze Thema Zweikampf und so weiter wesentlich besser geführt haben als gegen Stuttgart. Also es zeigt sich wieder, was wir ja in der letzten Woche auch gesagt haben. Bislang hat es Kovac jedes Mal geschafft, nach einer Niederlage exakt die Stellschrauben zu finden und die Mannschaft so zu motivieren und auf den nächsten Gegner so einzustellen, dass du es im nächsten Spiel direkt wieder umdrehen kannst. Ich denke, was man auch sagen kann, ist, die Gegner wissen natürlich mittlerweile, die Eintracht steht oben, die Mannschaften schauen sich die Spielweise der Eintracht natürlich auch genauer an. Ich finde auch dazu passt, dass ein Wolf, ein Haller und auch ein Rebic momentan nicht so vorne zünden können, weil sie einfach vielmehr die Taktik des Gegners sich auch darauf einstellt. Diese Spieler, auch ein Haller, du hast, wir haben es ja schon gesagt, beim Standard, da stehen eben drei Leute auf den Füßen. Das ist natürlich dann schwierig, aber dafür braucht man natürlich auch einen breiten, guten Kader, das auch das ausgleichen kann. Und in dem Fall, ja, ich sage mal, Degussmann hat wirklich ein super Spiel gemacht, wo du gemerkt hast, okay, da wäre noch mehr drin gewesen. Ja, es ist einfach eine schöne Sache, dass der Kader mittlerweile es hergibt, dass auch andere die Tore schießen. Und dementsprechend eigentlich eine coole Sache, auch wenn der Gegner jetzt versucht, sich darauf einzustellen, auch diese Rotation, wo wir auch am Anfang gesagt haben, oh, was passiert denn da? Eine Sache hat mich nur gewundert, vielleicht könnt ihr mich kurz aufklären, Salcedo war nicht im Kader, krankheitsbedingt. Gute Frage. Fragezeichen. Ja, Fragezeichen war zu hören. Danke. Kann ich dir jetzt so genau gar nicht sagen, ob der jetzt krankheitsbedingt nicht drin war, ich meine, unter der Woche da irgendwas gelesen haben, also es könnte durchaus sein, aber ich will mich da jetzt nicht festlegen. Weil das ist wieder diese Thematik mit Innenverteidiger. Klar, Russ kam ja dann rein, weil Fajet, glaube ich, gelb relativ früh gesehen hatte, um da aufzupassen, dass er nicht noch gelb-rot bekommt. Aber an sich, ich hatte mich nur gewundert gehabt, ich dachte, Salcedo ist einfach aus, der ruht sich aus, war aber dann gar nicht auf der Bank gewesen. Aber Marvin, weißt du da irgendwas noch? Nee, kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Also das ist jetzt auch nicht so, nee, er beleuchtet. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, also kann sein, dass er vielleicht verletzt war oder sowas. Ja, aber gut, es ist halt auch diese typische Rotation, du hast ja eben schon angesprochen, Kovac streckt ja halt auch absolut vor nichts zurück. Das ist schon erstaunlich im Grunde. Weil es war schon ein extremer Wechsel. Wenn du dir überlegst, dass du mit dir Guzman und Fernandes dann gleich zwei solcher Wechsel reinhaust, da bist du nicht schüchtern und hast keine Angst, dass sowas auch mal nach hinten losgeht. Und das ist dieser Mut, der natürlich dadurch dann auch wieder belohnt wird. Also das ist ja schon ganz klar, Sicherheitsfußball und Angsthasenfußball zeichnen sich auch manchmal dadurch aus, dass du mit dem immer gleichen Kader startest, wo du weißt, dass der einigermaßen gut funktioniert. Aber das ist halt überhaupt nicht Kovacs Art. Natürlich wird jetzt nicht einfach sinnlos der Torhüter ausgetauscht. Sowas wird nicht passiert. Sowas passiert nicht. Aber an allen anderen Stellen gibt es immer die Möglichkeit, immer diesen Wechsel zu machen. Und das ist schon krass. Aber das zahlen ihm die Spieler dann auch wieder zurück, dass halt der Guzman diese Verantwortung auch bekommt und auch diese Chance bekommt, dass ein Fernandes, der für mich auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, reinkommt und auch gut spielt. Da Costa hat sich jetzt ausgezahlt, der auch irgendwie gefühlt ja eine Weile auch verletzt war und jetzt immer besser wieder reinkam. Also das sind dann diese Momente, wo du merkst, du lässt auch alle bei Laune. Trotzdem gibt es genügend Spieler, die überhaupt keine Spielpraxis bekommen. Aber da ist dann die Kluft eigentlich vom Level halt einfach zu hoch. Aber trotzdem hast du einen Spielerkader, der weit über das normale 13., 14. Mann-Bataillon, sag ich mal, hinausgeht. Ja, das ist richtig. Ja, Kovac hat da ja schon eine sehr gesunde Einstellung. Er probiert da viel aus. Er ist sich halt auch nicht, wie du schon sagst, da nicht irgendwie zu scheu, da mal irgendwie Dinge auszuprobieren. Aber er lernt halt auch draus. Also er macht es halt auch nicht irgendwie fünfmal so komisch, sondern er sagt halt, okay, ich habe es jetzt probiert, das hat nicht funktioniert, dann machen wir es beim nächsten Mal anders. Und er belohnt halt auch wirklich einfach den Trainingseinsatz. Ja, also wenn sich einer im Training gut gezeigt hat, dann bekommt er auch eine Chance und ist nicht irgendwie einmal in Ungnade gefallen und fällt da halt immer wieder raus. Das ist halt auch einfach. Das, was für die Spieler, glaube ich, einfach auch wichtig ist, zu zeigen, okay, ich habe eine Chance, ich komme da wieder ran. Auch wenn du wie ein Degussmann irgendwie seit 18 Spielen nicht in der engeren Auswahl warst, aber dann hast du halt trotzdem wieder die Chance. Ja, das ist richtig. Ich meine, immerhin steht derer dann auf der Bank gewesen. Auch kann man ja sehen, wie man will. Ich meine, natürlich war es jetzt auch eine Zwangsmaßnahme, weil halt jemand wie Boateng nicht richtig fit war und Mascarella ebenso und so. Ich meine, natürlich ist das jetzt nicht aus rein freien Stücken geboren, aber du hättest natürlich auch wieder umdisponieren können, hättest Hassebe nach vorne rücken können, dafür irgendwie Russ nach hinten. Nee, das wurde jetzt erst mal nicht gemacht. Und ja, also wie gesagt, es hat mir gut gefallen. Sonst kann ich eigentlich zu der Leistung der Eintracht nur sagen, dass wir, dass das noch keine, ja, es war noch keine absolute Dominanzleistung, ja. Aber das sind halt auch die Spiele, die du auch erst mal gewinnen musst, ne. Ich fand, dass der Eintracht jetzt nicht so eine mega geile Leistung abgeliefert hat, aber souverän und gegen Hannoveraner, die halt einfach nichts anzubieten hatten. Also alles überhalb des Sturms, ne, war einfach nicht ausreichend. Ja. Überhalb des Sturms. Ich meinte, überhalb des Torhüters, ne. Also Chauner war... Bin ich, ist schon klar, ist schon klar. Genau, ne, also mit dem Sturm, also auch Annick, das war viel zu wenig, Füllkuch viel zu wenig, aber ihr wisst, was ich meine. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass, selbst du hast gemerkt, Schwegler war jemand, der sehr, sehr viel probiert hat, der auch viel die Freistöße probiert hat, irgendwie gefährlich zu machen, lang zu machen. Aber auch hier, es ist halt so, dass Hannover gefühlt mit dem falschen Fuß irgendwie aufgewacht ist, immer so ein bisschen, auch nicht so ganz gedankenschnell. Und ich glaube, wir hätten fünf Stunden spielen können und hätten wir nicht irgendwie extrem viel Pech gehabt und der Elfmeter wäre gegeben worden. Stell dir mal vor, dann, ja okay, dann wäre er ja wahrscheinlich reingegangen, das Spiel wäre 1-1 ausgegangen. Aber aus dem Spiel heraus glaube ich nicht, dass Hannover irgendwie ein Tor gemacht hätte. Nee. Ja, wie gesagt, so ein Dusseltor, wir haben es ja, ich hatte es vorhin, glaube ich, gesagt gehabt, so in der letzten oder vorletzten Minute hatte, glaube ich, Harnik nochmal, oder war es überhaupt Harnik? Irgendjemand hat auf jeden Fall von Hannover auch nochmal ein ordentliches Ding draufgeknallt gehabt. Also es kann passieren, dass du in so einem Spiel trotzdem unnötig dann wieder ein Tor fängst. Deshalb bin ich einfach froh. Mavi, du hast völlig recht, die Leistung war definitiv so, die hätten es nicht verdient gehabt. Aber das ist halt doch, manchmal geht dann so ein Ding noch rein, da hätten wir uns umso mehr jetzt aufgeregt. So muss man wirklich froh sein, dass das jetzt alles so geklappt hat. Wobei man schon sagen, also ganz ehrlich, ich hatte auch bei dieser letzten Chance jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt nochmal irgendwie was anbrennt. Zumal, und damit kommen wir jetzt wieder auf unser einleitendes Thema, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo der Elfmeter für Hannover nicht gegeben wurde, sondern dann halt richtig auf Schwalbe und gelbe Karte entschieden wurde, war ich eigentlich recht entspannt. Aber jetzt erklärt mir mal ganz kurz. Du weißt heute, dass der Videobeweis eingeführt ist. Und du weißt auch, dass so Szenen fünfmal nochmal angeschaut werden, gerade wenn du einen Elfmeter haben möchtest, etc. Wenn du das außerhalb machst und lässt dich da fallen, um irgendwie eine gute Freistoßsituation zu bekommen, ich glaube, da dürfte der Videoschiedsrichter wieder nicht eingreifen, aber doch gerade da. Wie kannst du heute eigentlich so dumm sein, dich da so offensichtlicher fallen zu lassen? Denn der Kontakt, man hat es ja dann nochmal in der Wiederholung, hatte ich es auch zu Hause noch ein paar Mal gesehen, habe ich gedacht, Wahnsinn, also da ist wirklich kaum Berührung dabei, selbst nachdem er sich fallen lässt. Also das ist schon dreist. Oder wie seht ihr das? Ist das noch normales Nachdenken? Also ich weiß nicht, ich kann mir schon... Das ist ein Reflex. Ich wollte auch schon sagen, also ich meine, ein Reflex bestimmt sich ja in der Regel danach, dass du nicht das steuern kannst. Also so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist eintrainiert, eingeübt, jahrelange Arbeit, also wenn wir mal ganz negativ sind, ist es seitdem ich 13, 14 irgendwie im Profi, im Fußballgeschäft irgendwie Fuß gefasst habe und mir immer eingebläut wird bei solchen Situationen, wenn es dann eine leichte Berührung oder sonst irgendwas gibt oder sonst eine gefährliche Situation, muss ich halt darauf gehen, wenn ich für mich die Chance nicht sehe. Ich glaube, das bekommst du natürlich nicht innerhalb von einer Saison so schnell weg. Das ist ein langfristiger Wechsel, aber vielleicht der Videoassistent als Chance zu etwas Positiverem. Ja, also ich würde auch sagen, zu mehr Fairness. Das ist an der Stelle einfach ein Reflex. Da war so ein ganz leichter Kontakt da. Das hat er an der Stelle halt einfach genutzt. Womit er halt nicht gerechnet hat, war, dass da Costa halt einfach wirklich so instinktiv den Fuß halt auch wieder wegzieht und man sich das dann halt einfach auch so genau in dem Moment anguckt. Also ich glaube, das ist nicht Nachdenken. Das passiert halt einfach so aus dem Spielfuß heraus. Und ja, haben wir jetzt Glück gehabt und das ist halt alles regelkonform und auch in der angemessenen Zeit abgelaufen. Und ja, kann halt auch mal so gehen. Ja, muss man aber auch sagen, der Videobeweis, der hat uns schon einige Male, ich will nicht sagen Poppes gerettet, weil es ja falsch ist, weil wenn es eine faktisch falsche Entscheidung ist, hat es ja uns jetzt nichts gerettet. Aber es ist trotzdem gut, dass es den gibt, weil es gab schon, ich glaube ich, keine Ahnung, ich kann mich an zwei Szenen auf jeden Fall erinnern und würde auch schon sagen, dass es noch mehr Szenen gab. Also wir hatten jetzt diese zwei Elfmeter-Dinger, einmal jetzt gegen Hannover und dann das andere Ding war ja hier Leipzig mit Spieler kommt aus dem Abseits. Das war ja schon, also Elfmeter muss ja davon ausgehen, dass der eigentlich im Regelfall fast immer reingeht. Ja, also von daher schon mindestens zwei Gegentore damit verhindert. Ja, und die auch zu einem absoluten Punktverlust, sag ich mal, hinsichtlich der Ausbeute geführt hätten. Also insofern, da können wir uns nicht beschweren. Das hat uns ja auf jeden Fall jetzt diese Saison schon ganz gut geholfen. Und insofern schon gut, dass es das gibt. Aber wie gesagt, die Punkte, die drei Punkte waren verdient. Die Eintritt war da, trotz der Tatsache, was eben schon angesprochen wurde, dass am Ende nochmal ein bisschen knifflig wurde, war es trotzdem die verdiente drei Punkte. Und der nächste Heimsieg, nachdem wir uns ja in der letzten Zeit auswärts nicht mit Ruhm gekleckert haben, war das jetzt der nächste Heimsieg, der fünfte Heimsieg in Folge und auch gleichzeitig jetzt genau so, dass wir immer noch, sag ich mal, den Abstand zu den Tabellennachbarn gewahrt haben, die ja auch nicht alle brilliert haben. Das ist natürlich schon positiv und wir bleiben weiter im Spiel, liebe Leute. Ja, nach einer sehr starken Auswärts-Hinrunde haben wir jetzt anscheinend die Heimrückrunde angefangen, was uns dann vielleicht ein bisschen Sorgen macht bei dem nächsten Spiel. Aber ich glaube, Dennis möchte nochmal über das Thema Zuschauerzahlen sprechen. Ja, ich hatte was gelesen, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Aber ich will nochmal ganz kurz nachschauen, wie exakt dort die Zahlen waren. Wir hatten im Endeffekt in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Heimspielen nicht einmal ausverkauftes Haus, obwohl man ja sagen muss, eigentlich beste Saison seit ewigen Zeiten, total Euphorie in der Stadt etc. Wir sprechen hier von 45.300 gegen Freiburg, Mönchengladbach, Köln jeweils so 47.500 gegen Leipzig, gut, Montagsspiel 45.100 und jetzt waren es, glaube ich, 48.500. Also da muss ich nur sagen, Leute, was ist los mit euch eigentlich? Auch gerade, klar, jetzt kann man sagen, natürlich gewisses Gästekontingent etc. etc. Aber das zählt, finde ich, auch an der Stelle nicht, denn auch wenn du geil drauf bist, diese Eintracht zu sehen und sie zu unterstützen und gerade in dieser Phase, wo man sagt, meine Güte, Leute, wir haben die Chance, eventuell Champions League zu spielen, dann scheiß doch drauf, hol dir die Gästekarte und geh in einen anderen Block oder mach auch andere Plätze, sind dort nicht besetzt teilweise, wo du dann denkst, das ist jetzt kein typischer Gästeplatz. Also du siehst ja auch, wenn du von der Nordwesttribüne rüber guckst, da sind schon einige Plätze, die nicht besetzt werden, die eigentlich verkauft werden, könnten auch an Neutralo-Fans oder an Fans natürlich von der Eintracht. Dementsprechend kann ich nur wieder aufrufen, bitte geht ins Stadion. Was macht ihr? Warum ist das nicht ausverkauft? Das ist für mich wirklich un... Ja, ich kann es nicht verstehen, muss ich wirklich sagen. Und das ist mir nur aufgefallen. Ich hatte einen Bericht, ich glaube, auf Hessenschau gelesen und hatte mich extrem darüber gewundert, dass wir vor einer der besten Jahresrekordkurse spielen. Da habe ich gedacht, okay, ich habe gelesen, das ist nicht ausverkauft und habe mich dann damit befasst gehabt und jetzt 48.500 ist zwar cool, aber ich glaube, 51.500 kann die Arena ja fassen. Wäre halt cool, wenn wir da irgendwie schauen würden, dass wir es endlich da auch hinbekommen, wieder ausverkauftes Haus zu haben. Ja, also da rügt fast so ein bisschen der Schein, will ich meinen. Also wir haben jetzt schon einen besseren Saisonschnitt als vor zwei Jahren. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass jetzt ein Spiel wie gegen Hannover jetzt auch nicht ein Megakracher ist und Freiburg auch so, Leipzig eben so ein bisschen schwierig. Stimmt, hast du recht mal. In der letzten Saison gab es auf jeden Fall einen Peak 2016-17. Das war, glaube ich, eigentlich die meisten Zuschauer, der höchste Zuschauerschnitt seit vielen Jahren. Aber du hast vollkommen recht, mir fällt das auch auf, die Anzeigetafel zeigt seltener ausverkauft aus. Und da müssen wir auch wieder hinkommen, dass wir da auf jeden Fall dementsprechend wieder volleres Haus haben. Ich glaube aber, gerade so gegen Saisonende, dann wird auch jeder wieder die Euros in die Hand nehmen und auch damit wedeln und dann auch ins Stadion gehen. Aber du darfst nicht vernachlässigen, die Plätze, die es oftmals gibt, die sind extrem teuer. Also extrem teuer meine ich jetzt, ich finde, ehrlich gesagt, 50 Euro für ein Spieler eintracht schon relativ viel Geld. Und das kann sich halt nicht unbedingt jeder leisten. Ja, das macht man vor allen Dingen halt auch nicht spontan. Und nicht gegen Hannover. Ja, wer entscheidet sich denn spontan bei so einem Spiel irgendwie mal für zwei Karten irgendwie 100 Euro plus irgendwie Zeug da auf den Tisch zu legen? Meint ihr, das sind die Karten, die dann noch frei sind? Weil ich dachte jetzt eher an die Osttribüne, Oberrang teilweise. Ja, aber die Osttribüne 30 Euro. Aber die Osttribüne kostet auch mittlerweile schon 35 oder so. Echt? Okay, die sind auch schon alles nicht teuer geworden. Ja, da kannst du nur froh sein, wenn du hier diesen Familienblock hast, weil dann ist es ja wieder vergünstigt. Aber da kann halt auch keiner, der jetzt irgendwie Student, wenn du Student bist und willst jetzt nur einmal hin oder so, ne, dann musst du halt irgendwie schon einen sauren Apfel beißen, musst dann halt für 35 Euro mindestens diese Karte holen. Und dann musst du auch wieder gut kalkulieren. Also es ist nicht ganz so easy. Wir sind immer noch in der Preisstruktur, die im Vergleich zu England oder so auf jeden Fall akzeptabel ist. Aber natürlich sucht man sich dann, wenn man sagt, okay, ich gehe mal ins Stadion, auch die Spiele raus, die möglichst viele Renommee haben. Und dann sind, sage ich mal, es ist vielleicht ein brisantes Duell gegen Köln. Dann sind es halt die Knackerspiele, wenn Dortmund oder so oder die Bayern natürlich da sind oder vielleicht auch Schalke oder sowas. Also insofern, aber du hast vollkommen recht, momentan sind wir noch unter dem Schnitt vom letzten Jahr. Letztes Jahr hatten wir im Schnitt, glaube ich, 49.000 irgendwas. 49.500, glaube ich, oder 49.700, irgendwie sowas um den Dreh, meine ich eben. Irgend so was. Und momentan ist es ein 48er Schnitt. Also da fehlt noch was. Das kannst du aber in den letzten Spielen, wenn die letzten Dinger noch ausverkauft sind. Und da bin ich mir relativ sicher. Je enger es jetzt zum Saisonende hingeht. Wir haben dieses Jahr bislang vier ausverkaufte Heimspiele gehabt. Das letzte Mal waren es insgesamt sieben. Ich glaube, mit vorsichtiger Optimismus würde wir sagen, dass die letzten drei auch wieder ausverkauft sein werden. Allein, weil es jetzt dahin geht, dass du was wirklich Großes erreichen kannst. Und dann sprechen wir uns im Saisonresümee nochmal. Aber natürlich jetzt... So machen wir es. Also von dem, wie man es momentan fühlt, kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Ja, ich würde da mal noch so einen Punkt reinbringen und damit greife ich so ein bisschen eine Empfehlung vor. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ohne es jetzt irgendwie wirklich belegen zu können, dass durch diese ganzen Drumherum-Geschichten, die man da immer so in Presse und tralala und irgendwie hört, einfach auch ein gewisses Publikum so ein Stück weit, ja, abgeschreckt will ich jetzt nicht sagen, aber so sich vom Stadion gehen entwöhnt hat oder entwöhnt wurde. Inwiefern? Durch was meinst du? Naja, durch diese ganzen Geschichten, die immer irgendwie haben und dass es irgendwie dann auch vielleicht immer wieder heißt von wegen, ja, und ins Stadion gehen ist so gefährlich und dann hast du hier wieder irgendwelche Pyro und dann wird da wieder allgemein irgendwie draus gemacht und dann überlegst du dir vielleicht halt auch wirklich, will ich dann auch zusätzlich zu den hohen Preisen das machen oder setze ich mich da nicht irgendwie zu Hause vor dem Fernseher oder irgendwie in die Kneipe, also dass man so ein bisschen einfach auch sich selbst und von außen her von diesem ins Stadion gehen so ein bisschen entwöhnt wird. Den Hardcore-Fan wirst du damit nicht treffen, aber ich glaube so, was an Plätzen dann freist, das sind ja dann wirklich dann eher so diese, ja, Gelegenheits-Fans und dass die halt einfach da sich auch so ein Stück weit davon beeinflussen lassen. Wäre sehr schade, wenn es so wäre, auf jeden Fall, aber... Also wie gesagt, ich kann es nicht belegen, es ist so ein Eindruck, der sich für mich da einfach nur ergibt und wir haben in den Empfehlungen nachher einen Artikel, der auch so diesen schönen Titel hat von wegen der Fußball verliert den Kontakt zur Basis, da geht es auch zwischen den Zahlen so ein bisschen so um diese Themen. Ja, lass uns das nochmal am Saisonende wirklich mal thematisieren, dann haben wir die finalen Zahlen und könnt da nochmal einen Blick drauf werfen. Ich würde sagen, dass das natürlich auch immer situationsbedingt ist, wenn viel passiert, viel Negatives passiert, dass es dann schon einen kleineren Einbruch gibt, dass dann vielleicht 300, 400 Leute weniger ins Stadion gehen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Du hast aber trotzdem sehr viele, die standardmäßig ins Stadion gehen. Wenn du mit den Zahlen unzufrieden bist, könntest du theoretisch auch das Dauerkartenkontingent anheben, weil da ist der Run Jahr für Jahr immens groß und also ich denke, dann könntest du sogar noch mit mehr sicheren Planen, weiß ich nicht. Also ich sehe es noch nicht so dramatisch, aber für die Saison, für den Saisonabschluss, als Resümee können wir auf jeden Fall das mal im Auge behalten. Ja, sollten wir auf jeden Fall, sollten wir auf jeden Fall tun. Haben wir denn noch was zu Hannover oder sind wir jetzt einfach froh, dass wir die drei Punkte da abgegrast haben? Also mir fällt persönlich, also mir fällt persönlich jetzt auch nicht mehr großartig viel ein, was ich zu dem Spiel sagen muss. Ich bin auch einfach zufrieden. Man muss auch solche Spiele einfach gewinnen und das haben wir getan und mit dieser, wie Kovac das sagt, mit dieser Breite wächst auch die Qualität innerhalb des Teams und damit wäre es für mich einfach gegessen. Genau. Eine richtige Kritik habe ich noch für das Spiel gegen Hannover, an die Eintracht oder an die Organisatoren des Getränke-Ausschankes. Es gab ja leider keinen heißen Äpple mehr als das Spiel zumindest, kurz vor das Spiel, während des Spiels etc. Ein organisatorischer Fauxpas möchte ich bitte geändert haben beim nächsten Mal. Gerade, es waren ja noch schöne Temperaturen, um auch mal einen heißen Äpple zu trinken. Also würde ich mich sehr freuen, wenn da demnächst wieder sowas angeboten wird. Ja, aber jetzt haben wir plus 15 Grad, du willst ja bei plus 15 Grad keinen heißen Äpple trinken. Warte mal ab, bis zum nächsten Heimspiel sind ja noch ein bisschen, ist ja noch ein bisschen, vielleicht ist es dann mir noch so kalt. Der Wintereinbruch kommt noch. Genau. Der geht halt schneller in den Kopf. Dann möchte ich eine Stelle aber auch noch mal eine Rüge verteilen und zwar an den Herrn Marvin, der ja nach, bei dem einen Spiel einen wunderbaren Titel mit kann man da nichts machen gezaubert hat und diesmal musste der Hörer kurz gemosert eingreifen mit dem wunderbaren Titel Da kostet er fast gar nichts. Also den hätte ich eigentlich erwartet von dir, Marvin. Nee, so eine Scheiße mache ich nicht mehr. Tut mir leid, bei allem Respekt. Genau diesen Spruch, Da kostet er gar nichts, habe ich tausendmal im Blog gehört. Das stimmt. Es gab wirklich tausendmal. Ich wurde fast ein wenig aggressiv. Ja, also kann ja jeder machen, wie er will, aber nee, dahin lasse ich, dahin ließ ich mich doch nicht hinreißen. Ja gut, aber dann damit widmen wir dem Sendungstitel. Er hat zu unserem Hörer kurz gemosert, er hat es verdient. Ja, ja klar, ist ja schön, dass er sich dementsprechend integriert in diese ganze Szene hier und ich freue mich. Aber ich selbst wollte das jetzt nicht mehr tun. Klar, jetzt müssen wir mal gucken, ob sich Marvin's Mikro auch gleich wieder integriert. Das klingt wieder gerade eben so ein bisschen nach UFO-Stimme. Ich würde trotzdem sagen, wir leiten mal zu Dortmund über und hoffen, dass das ja alles gut geht. Nächstes Spiel am Sonntag, ich meine auch 15.30 Uhr, lasst mich gerade... Nee, 18 Uhr. es ist 18 Uhr-Spiel. Natürlich, wann sollte man sonntags auch sonst spielen, wenn nicht 13.30 Uhr, kann man eigentlich nur noch sinnvollerweise gegen 18 Uhr spielen. Andersher geht es ja fast gar nicht. Genau, wir spielen in Dortmund wieder gegen einen direkten Konkurrenten, muss man ja quasi so sagen, zumindest um die Plätze für Europa, ich will jetzt nicht von Champions League reden, aber zumindest Europa, direkter Konkurrent, die jetzt am vergangenen Wochenende mit einem Unentschieden gegen Leipzig gespielt haben, was ja auch ein sehr offener Schlagabtausch war und was mich bei dem ganzen Thema so ein bisschen irritiert ist, warum muss ausgerechnet ein Schürrle jetzt seinen zweiten Frühling erleben? Ich kann da gar nicht viel zu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen gehabt, dementsprechend, aber Schürrle wurde doch relativ schlecht bewertet in dem Spiel, oder? Also ich hatte nur beim Kicker mal geschaut gehabt, kurz hat er glaube ich für das Spiel Note 5 bekommen. Ja, aber er ist schon bei sehr vielen, also nicht nur in dem Spiel, sondern auch in den letzten Spielen ist er schon bei sehr vielen Torsituationen beteiligt, also in der Frequenz, ich habe mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Dortmund-Spiele angeschaut, immer mal wieder, weil es ja dann doch so das ein oder andere Mal gleich durchaus interessant ist, der ist schon an vielen gefährlichen Situationen oder Dingen, die potenziell zu einem Tor werden können, beteiligt im Vergleich zur Wahrnehmung vorher. Bitte? Geht um Bürki oder wen geht's? Schürrle. Achso, Schürrle, achso. Ja, ich war etwas überrascht, dass Schürrle dann doch jetzt irgendwie gerade wieder so ein bisschen das Fußballspiel für sich entdeckt hat. Ach ja, es ist schwierig mit dem Schürrle. Es ist halt, der Spieler ist halt extrem wechselhaft, wenn du dir den anschaust, ich meine, gegen Leipzig war das wieder nix, also da ist, es ist schwierig. Ja, also er hatte, er war nicht konstant, aber er hatte durchaus so ein paar Momente und er hatte auch in den Spielen davor und warum passiert das jetzt, wenn wir gegen die Eintracht, also nee, finde ich doof. Ach nein, ich würde mir jetzt wegen Schürrle am wenigsten Sorgen machen. Nee, also der nicht alleine, also wenn du überlegst, dass du dann auf deiner Seite hast du dann einen Reus, der quasi auch aus einer gefühlt drei Monate langen Verletzungspause zurückkommt und gleich wieder die Sterne vom Himmel spielt, so mehr oder weniger und dann hast du für den Aubameyang diesen Bacciaoui da vorne drin, der ja auch in der Lage ist, Fußball zu spielen, um das mal so galant ausdrücken zu wollen, der ja auch gegen Leipzig durchaus das Siegtor auf dem Fuß hat und dann irgendwie nur seine Beine nicht schnell genug entknotet bekommen hat nach der Hereingabe da. Auch ein Götze ist natürlich auch nicht so schlecht. Der hat auch gerade wieder so irgendwie die Kombination Reus-Götze funktioniert eigentlich auch wieder ganz gut. Ja, also so ist es halt. Also das ist halt eine super gute Mannschaft im Grunde. Auch ich finde, Bürki ist mittlerweile einigermaßen souverän. Also da kommen immer noch mal Dinger, die nicht so gut sind, aber trotzdem hat er sich, man muss ja nicht die ganze Zeit auf dem Torhüter rumhaken und ich denke, Bürki ist glaube ich ein korrekter Junge und ich glaube, der in Dortmund auch ganz gut angekommen ist. Ich denke auch, dass er also Toprak spielt für mich momentan immer besser. Dahoud hat, gefällt mir auch ganz gut. Ja, Dahoud auch gegen Leipzig, glaube ich, auch eins seiner besten Spiele, das er für den BVB gemacht hat. Also der kommt auch gerade echt super zurecht. Also es ist halt eine qualitativ hochwertige Mannschaft, die sich glaube ich noch nicht komplett gefunden hat. Da ist immer noch viel im Aufbau. Du musst ja auch sagen, dass es rein spielerisch unter Stöker noch nicht die absolute Offenbarung ist. Es wird aber extrem interessant zu sehen sein, wie die Eintracht auch gegen so eine Mannschaft irgendwie bestehen kann. Das ist jetzt auswärts, wie gesagt, leider ist ja das Auswärts das frühere Heimwärts. Also insofern wird es so Punkteausbeute natürlich ein bisschen schwierig, aber meine Eintracht hat immer noch die Möglichkeit, hier komplett frei aufzuspielen, weil gegen Dortmund erwart es der ersten Mal gar nichts. Und es gibt trotzdem genügend Momente, die zu nerven. Also für mich ist zum Beispiel Piszczek bei weitem nicht mehr so gut, wie er immer war, Schmelzer. Also die beiden Außen sind irgendwie, also sind bespielbar und du musst halt sehen, dass du Bürki oft unter Druck setzt und dann macht er vielleicht auch wirklich den anderen Fehler. Aber wichtig ist halt, dass du, ich glaube nicht, dass du mit dieser Elf einen Start gehen kannst, wie du das jetzt zu Hause gemacht hast. Also da muss im kreativen Bereich schon mehr passieren und ich hoffe sehr, dass Boateng wieder da ist. Boateng, er hat ja auch eine eigene Vorgeschichte mit dem BVB, hat ja mal dort gespielt, war unter Klopp sehr wohl gelitten. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Boateng genau der richtige Spieler für so eine Partie ist. Gefällt mir. Ja. Also was meine Hoffnung ist auch, dass Dortmund ein bisschen rotieren muss. Die spielen ja, glaube ich, Europa League noch gegen Salzburg, auch wenn das jetzt nicht unbedingt der, der große Gegner in der Hinsicht ist. Aber ich denke schon, dass wir vielleicht auch da ein bisschen Glück haben, dass einige Spiele auf dem Platz stehen werden, die vielleicht jetzt zwar gute Leistungen bringen, aber einfach, um eine gewisse Rotation einzubringen, dann erst mal auf der Bank oder gesamt geschont werden. Also vielleicht haben wir da auch ein bisschen Glück. Ich glaube, Europa liegt es ja immer Donnerstas, wir dann sonntags abends. Jo, vielleicht, vielleicht haben wir da das Glück, dass da auch ein bisschen rotiert werden muss und wir da Glück haben. Ja, also egal, wie es ist, ich meine, natürlich ist die Bank von denen auch, ja, nicht schlecht, wenn ich sehe, dass Castro momentan nicht spielt oder auch Sahin immer noch auf der Bank ist. Ja, also das sind so Dinge, die kannst du natürlich auch mal ganz gut spielen lassen. Aber wie gesagt, die Eintracht muss auf sich schauen und ich denke, es ist aktuell einfach alles möglich. Wir haben immer noch einigermaßen den Flow, auch wenn es momentan ein bisschen schwieriger ist, wir die Partien nicht mehr alle gewinnen, die knapp sind, weil du siehst ja auswärts gegen Stuttgart, ich will es jetzt nicht nur als Beispiel nehmen, aber wir haben ja gegen Augsburg auch relativ deutlich verloren, ist schon so ein kleiner Trend, aber dem müssen wir entgegenstehen und gegen Dortmund ist es ja immer so ein Knacker gewesen, da, das sind besondere Spiele. Ja, für mich ist dann halt auch so ein bisschen die Frage, wie wir von der Strategie in dieses Spiel reingehen, ob wir ähnlich, wie wir es, glaube ich, in der Hinrunde so ein bisschen gegen Dortmund gemacht haben oder auch jetzt auch gegen andere Gegner gezeigt haben, halt einfach versuchen, die Lücken zu suchen und es halt wirklich auf die spielerische Art und Weise zu machen oder ob wir nochmal so diesen Leipzig-Move machen und einfach auch versuchen, dieses Spiel so ein bisschen kaputt zu machen und dann vielleicht einfach auf unsere aktuelle Stärke der Standards da so ein bisschen zu hoffen. Was wäre denn so eure Herangehensweise strategisch gesehen? Also ich denke, wir, hoffentlich machen wir es so, dass wir eher uns auf die Defensive ein bisschen erstmal konzentrieren. Da müssen wir auf jeden Fall sicher spielen. Ihr habt ja vorhin schon gesagt, die Offensive von Dortmund ist ja wirklich sehr, sehr gut besetzt. Auf der anderen Seite, denke ich, bringt uns auch das die Räume, die wir eigentlich brauchen, denn dieses Ballbesitz und wie uns fällt was ein und wir spielen die Dortmunder aus. Ich glaube, das wird, soweit sind wir noch nicht, soweit ist der Kader auch entsprechend, denke ich, trotzdem nicht besetzt, auch wenn er gut besetzt ist bei uns. Ich denke, da müssen wir einfach gucken, gutes Pressing spielen, gutes Anlaufen und gute Defensive und dann ist, denke ich, auch was mit langen Bällen. Auch Allaire wird dann wieder seine Freiräume auch bekommen. Oder auch Rebic. Rebic, genau, oder auch ein Wolf wird dann eher wieder ins Spiel kommen. Ich denke, da werden einfach Freiräume sein, die wir einfach ausnutzen müssen und im Großen und Ganzen, was mir auch dann wieder Hoffnung macht, ist, die Spiele haben ja Qualität und gerade auch ein Haller hat, glaube ich, jetzt fünf Spiele nicht getroffen, der wird auch heiß sein und ja, dann packt der mal einen aus oder Marvin, du hast gesagt, ein Boateng, dann knallt der mal einen aus 20 Metern drauf und dann sitzt das Ding, vielleicht ist das auch sowas und ein Spiel kann auch durch eine Einzelaktion entschieden werden dann. Oder Marvin, wie siehst du das? Ja, kann auf jeden Fall passieren, definitiv. Ich brauche halt ein offensiveres Mittelfeld, eine grundsätzlich offensivere Aufstellung und sehe dann, dass wir einfach unsere Chancen erarbeiten. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie ich aufstellen will, dann würde ich eigentlich fast die Aufstellung nehmen, vielleicht Salcedo raus, Hasebe rein, wie gegen, Hasebe auf die Position und dann vielleicht Mascarelle wiederfülle, das weiß ich nicht ganz genau, wie gegen Leipzig beispielsweise. Ich fand, das war eine sehr, sehr coole Aufstellung, die mir auch in kreativer Hinsicht ganz gut gefällt. Ja, die hätte ich jetzt da auch gedanklich vor Augen gehabt. Ja, dass du halt wirklich einfach versuchst, wie Dennis schon gesagt hat, mit langen Bällen vielleicht wirklich gar nicht großartig irgendwie den Pass durch das Mittelfeld zu suchen, um die Gefahr zu verhindern, dass du da den Ball irgendwie abgenommen bekommst und dann direkt irgendwie in den Konter reinläufst und dann wirklich einfach lang auf die Außen, dann wirklich halt einen Wolf auch mal nicht auf so einer Halbposition, sondern wirklich auf die Außenbahn ziehen und versuchen dann halt in der Mitte einfach auch mit Alea und vielleicht einem dahinter laufenden offensiven Mittelfeldmann durchaus auch mal Chancen zu haben. Gefällt mir, ja. Kriegt der Guzman noch eine Chance bei euch? Nach dem Spiel? Also normalerweise schon. Ich würde trotzdem sagen, dass er trotzdem jetzt erstmal rausrotiert. Also ich meine, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich will jetzt gegen Dortmund, das ist ja direkt der Mitfavorit, Mitkonkurrent, da muss ich das Beste aufstellen, was ich bekomme. Und da muss ich dann schon sagen, rotiert er vielleicht wieder raus, auch wenn er ein gutes Spiel gemacht hat. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Rotiert denn dafür rein in deine Planung? Ja gut, also ich meine, also wie gesagt, wie sieht es aus mit dem guten Mascarell? Der bis dahin wieder fit? Weiß man nicht so genau, ne? Dann würde der aber wahrscheinlich ja eher anstelle von Kanadese kommen. Ja, ja, das ist klar. Jetzt gibt es eine Untersuchung, glaube ich, noch und dann wird geguckt, ob es passt oder nicht. Ich glaube, es hieß so, wir haben Glück, dass das Spiel erst am Sonntag ist, da besteht zumindest die Chance noch, dass ein Mascarell reinrücken kann. Also wenn Mascarell fit wird, würde ich Mascarell ins der Wettbeer Mittelfeld stellen, Hasebe in die Innenverteidigung, in die Innenverteidigung, wie gesagt, Hasebe, Abraham, Fallett, ja, dann würde ich im Mittelfeld Wolf, Boateng aufstellen, äh, außen Da Costa und Chandler und vorne Rebic, Allaire. Das wäre meine Mannschaft, mit der ich an den Start gehen würde. Und dann würden halt sowohl Fernandes als auch Da Costa rausrotieren, aber natürlich als erste, äh, De Guzman, äh, De Guzman, als erste Option, äh, um wieder eingewechselt zu werden. Ja, wäre auch so meine Variante, ja. Klingt sehr gut, auf jeden Fall, gehe ich voll mit. Das ist blöd, natürlich ist es mir tut zwar leid für so Spieler, die ja selber gar nichts dafür können, aber ich meine, trotzdem sind sie eng am Kader dran und müssen sich halt immer weiter anbieten, so lange, bis sie halt komplett im Stammspieler sind, aber ich glaube, darum geht es auch aktuell einfach nicht. Es geht ja nicht wirklich darum, dass jetzt jeder so immer spielt, sondern es geht darum, dass jeder, sofern möglich, seinen Teil dazu beiträgt, dass du hier als Kollektiv und als auch Mannschaft oder als Vereineintrag Frankfurt das maximal als mögliche erreichen kannst. Und ich glaube, das wird dann, 45 Minuten werden, äh, einem De Guzman genauso gedankt wie 90 Minuten spielen. So muss das halt einfach sehen, aber natürlich muss er für sich den Ehrgeiz haben, immer spielen zu wollen, denn das hängt, lässt natürlich den, die Leistung nochmal in die Höhe schnellen, ist auch klar. Wenn er irgendwie sagt, oh, ich bin ja zufrieden und brauche eigentlich keine 90 Minuten spielen, ja, da ist schon natürlich schon ein Fehler, ist klar. Ja, ja. Im Chat wird gerade eben nochmal erwähnt, dass das letzte Auswärts, der letzte Auswärtssieg in Dortmund war 2010. Und Dortmund hat die letzten, die letzten zehn Spiele auch kein einziges Mal verloren, also da ist auf jeden Fall eine, sind zwei Serien, die es zu unterbrechen gilt. Ja, sehr gerne. Genau. Was tippt ihr denn? Herr Marvin, Sie stehen hier wieder als Erster in der Liste, wie immer. Naja, also was tippe ich? Och, Leute, also des Dingers, ich bin jetzt beim 16 Karat Gold Tournament der WXW. Ich habe, wenn es darum geht, hat die Eintracht eine unglaublich schlechte Bilanz, also immer beim Karat, hat es glaube ich bis in fünf Jahren glaube ich viermal verloren oder so. Also insofern sieht es nicht so gut aus. Würdest du deine Karte noch verkaufen und einfach zu Hause bleiben? Naja, auf gar keinen Fall. Ich würde aber, aber ich würde sagen, dass wir ja, in dieser Saison ja läuft es ja eh alles anders, als man denkt, ne? Und es besteht durchaus die Chance, dass jetzt das zweite Mal in sechs Jahren sein kann, dass die Eintracht erfolgreich ist. Insofern für mich mal so ein ja geil, geil, dreckiges 1-0 schon wieder. Ja, super. Zweimal 1-0 in Folge und dann noch gegen so einen wichtigen Konkurrenten. Ja, warum nicht? Herr Dennis? Oh, ich glaube, dass wir einige Tore sehen werden. Ich tippe auf ein 3-2 für uns. Gut. Basti hat gerade eben geschrieben, er schafft es heute leider nicht mehr. Von daher mache ich jetzt den, den Halb-Pessimisten und sage, wir sehen zwar Tore, aber wir sehen keinen Sieger, deswegen gibt es ein 2-2. Okay. Wer dann wieder gegen Können wir wohl auch am Ende des Tages mit leben. Wollte ich gerade sagen, wer dann gegen einen direkten Konkurrenten Punkteteilung kann man vielleicht mit leben. Ja, mit viel Augenzwinkern und mit viel naja, Augenzudrücken, meine ich eher, kann ich damit dann noch gerade so leben. Gerade so. Gerade so. Wir merken gerade so. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal ein bisschen weg vom aktuellen Spielgeschehen und schauen auf die Mannschaft. Wir haben nämlich von dem Superheld nicht nur eine Anmerkung oder einen Nachtrag zum Stuttgart-Spiel bekommen, sondern auch eine Frage, die an uns weitergereicht hat. und ich versuche das jetzt mal wieder so zusammenzufassen und zwar geht es um den von uns schon angesprochenen Wechsel von Stendera und dann droht ja auch das nahe Karriereende von Russ und Mayer und der Frage, ob dann nicht eine lokale Identifikationsfigur im Kader fehlen würde und ob ein Barcock vielleicht eine solche Rolle einnehmen könnte. Ja, also ich versuche die Frage jetzt gerade mal zu beantworten und würde sagen, ja auf jeden Fall. Also ich finde, das ist absolut die nadeligendste Option. Jetzt müssen wir mal sehen, ob das jetzt mit dem Karriereende von Marcos wirklich so drängend ist. Der spielt ja jetzt auch, ich meine, auch jetzt wieder eingewechselt, hat eine richtig gute Partie gemacht. Ich fand, der ist also dafür, dass er nicht so der typische Einwechselspieler ist, hat er gegen Hannover ein paar richtig gute Szenen gehabt. Also das hat mir schon durchaus gut gefallen, aber um jetzt wieder zur Frage zurückzukommen. Natürlich ist es so, dass dann drei Spieler, und Zimmermann wieder auch, der ist jetzt nicht so die Integrationsfigur, aber naja, die sind über lange Zeit nicht mehr bei der Eintrag. Also wenn du jetzt mal guckst, das ist bald Schluss mit lustig. Aber in einem Endbarcock, wenn er zu dieser Form in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr zurückfindet, dass er halt auch stabil wird, dann kann ich mir das absolut vorstellen. Und ich würde das total gut heißen. Bei ihm ist die Entwicklung noch ein bisschen wackelig. Er ist auf jeden Fall nah dran am Kader, er bekommt ja auch seine Einsatzzeit. Es sieht ja aktuell besser aus als bei Stendera. Das stimmt allerdings, ja. Was schon ein deutliches Ausrufezeichen ist. Natürlich trägt Stendera auch dem aktuellen Leistungsprofil eines Bundesliga-Profis Rechnung, in dem er halt nicht so hundertprozentig genügen kann. Da ist Barcock halt mit seiner guten Grundschnelligkeit ganz anders dabei. Also ich glaube, in Stendera vor 30 Jahren hätte es halt wesentlich leichter in der Bundesliga gehabt, weil er halt das spielerische Element reinbringt, was aber halt momentan nicht mehr ganz so gefragt ist. Aber auf jeden Fall, ich denke, Barcock kann die Person sein. Und je nachdem, wie lange Marius Wolf bei der Eintracht bleibt, kann der sich vielleicht auch in so eine Richtung entwickeln. Du sagst das. Genau, das wollte ich auch sagen, Marvin. Ja, wobei die Frage vom Superheld war ja eher so lokaler Identifikationsfigur, die halt auch so ein bisschen aus der eigenen Jugend kommt. Da würde Wolf jetzt ja nur bedingt reinfallen. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber ich meine, wir wissen ja auch, auch ein Meier kam in jungen Jahren, ähnlich jung aus Hamburg. Und über den wird ja jetzt Ähnliches gesagt. Ja gut, der wird quasi ja zum Inventar mittlerweile gezählt, weil er halt lange da ist. Deswegen, je länger Marius Wolf da ist, genauso. Außerdem darf man nicht vergessen, wir haben den Timothy Chandler. Ja, der ist auch erst 27 und der ist ja auch gebürtiger Frankfurter. Also ich meine, auch so jemand, aber es ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Wie promote ich das als Eintracht Frankfurt, wenn ich das dementsprechend so darstelle? Und dann sage ich hier, das ist unser Lokaler und so weiter und so fort. Das ist immer eine Frage des Marketings auch. Dann kann ich das auch irgendwann so gebacken. Und dann, ich glaube schon, dass jemand wie Chandler auch in der Möglichkeit, ich will jetzt keine ausschweifenden Reden von ihm hören oder so, aber ich glaube schon, dass der schon den einen oder anderen irgendwie an sich ziehen kann. Ja, und ein Wolf auch und ein Barkok mit der richtigen Führung, mit dem richtigen, wie soll ich sagen, Fingerspitzengefühl, auch was ihn anbelangt, könnte das auch jemand sein. Aber ganz klar auch, und dann bin ich gleich fertig, da drunter wird es halt dünn. Ja, das stimmt. Also für mich wäre nicht nur wichtig, wie wird der Spieler positioniert, sondern kann er von seinem Charakter und von seinem Auftritten her auch so eine Rolle ausführen. Und da würde ich in der Tat sagen, ein Wolf ja, ein Chandler, weiß ich nicht, Barkok könnte, ist halt dann auch so eine Frage in der Tat, wie du schon gesagt hast, wie ist so die Entwicklung und wie werden die Spieler da so herangeführt. Ja, aber gäbe es sicherlich den einen oder anderen vorausgesetzt, sie bleiben halt auch länger bei der Eintracht. Ich hoffe, damit haben wir die Hörerfrage vollständig beantwortet. Es ist halt ein laufender Prozess, mir fällt aber auch jetzt kein Spieler ein, den ich sagen könnte, den könnte ich jetzt komplett zurückholen und der würde sich dahingehend integrieren, bis auf vielleicht Trapp oder so. Also wenn ich sage, okay, wir haben jemand, Trapp ist ja jetzt auch kein Jugendeintrachtspieler, aber der hat natürlich schon hier so ein bisschen Fuß gefasst und wenn jetzt ein Radetzky geht und dann Trapp wiederkommen würde, dann könnte natürlich er schon sehr, sehr gut gewisse Lücken, die sich auftun würden, füllen. Also Trapp wäre vielleicht für mich auch jemand, aber das ist nur eine Idee. Können Sie einen großen Hype wieder aufbauen, das stimmt, ja. Ja, ich habe jetzt nur darüber nachgedacht, das wäre ja noch eine Möglichkeit. Der übrigens laut seiner Instagram-Story vorletzter Woche in Frankfurt war, unter der Woche. Okay. Nur so angemerkt an der Stelle, nicht? Genau. Ich glaube, haben wir sonst noch was an aktuellem, so Gerüchte, Lage und so weiter? Zwei kleine Sachen. Ja. Einmal, ich habe gelesen gehabt, Hasebe soll wahrscheinlich verlängern. Genau, Vertragsverlängerung ist ja auch so ein bisschen abhängig, ob das Knie jetzt dann hält. Finde ich prinzipiell aber gut, wenn er natürlich jetzt keinen Fünfjahresvertrag mehr bekommt mit 34. Das wäre natürlich wieder absolut der Wahnsinn, aber prinzipiell nochmal ein, zwei Jahre Vertrag und danach soll er ja, glaube ich, irgendwie anders im Verein eingesetzt werden. Also ich denke, er hat gute Dienste geleistet und gefällt mir eigentlich gut. Seht ihr auch so, ja? Ich finde schon erstaunlich, dass mit 34, ja, ich will nicht zu viel sagen, aber schon fast zweiter Frühling oder vielleicht sogar dritter Frühling von Makoto Hasebe. Das war jetzt so nicht zu erwarten, aber es ist schon, ehrlich gesagt, wenn du über die Karriere dann hinausblickst bei ihm, muss man dann schon fast sagen, dass er ein ziemlich großer Spieler gewesen ist. Also wir werden das irgendwann in Retrospektive noch betrachten, aber mit 34 noch an das Leistungsniveau zu kommen und gleichzeitig eine gesunde Mischung zwischen einer gesunden Grundaggressivität, aber trotzdem einer Besonnenheit zu haben und auch eigentlich aus einem Land zu kommen, wo du nicht sagst, ja, da holen wir unsere Gallionsfiguren her, ja, sag ich mal, aus Japan. Aber der steht da wie in der Eins und der hilft dieser gesamten Mannschaft. Also das ist schon ein großer Vorteil. Und klar, wenn das so weitergeht, dann ist es ganz sicher, dass wir den nochmal ein Jahr weiterschleppen. Ja, der jetzt aber auch so ein bisschen als Libero, glaube ich, auch so seine zweite große Position auch gefunden hat. Ja, sehr stark auf jeden Fall. Ich finde es auch eigentlich wichtig für die, vielleicht für die asiatische Gemeinde beziehungsweise auch für den asiatischen Markt. Man sagt ja immer für die Integration vielleicht gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie, inwieweit Gerüchteküche etc. ja wieder was dran ist, ob da ein, zwei Namen gehört. Auch, ich meine zumindest, dass es Japaner waren, die eventuell dann auch bei der Eintracht irgendwie gehandelt werden, wo natürlich auch wieder es vereinfacht werden würde, wenn ein Hasebe dort als erfahrener, ich sage mal, der Papa der Familie so ungefähr, der die Jungen dann ein bisschen ranführt. Ich denke, sowas kann auch helfen, auch wenn er uns dann danach noch erhalten bleibt. Ich denke, ich kann mir da auch gut mitarbeiten. Ihr seht schon auch diese Sinnhaftigkeit mit danach noch. Eintracht Engagement ist schon auch gerechtfertigt, auch bei so einem Spieler, oder? Ja, es ist ja nicht nur die Integration, sondern auch gerade jetzt im laufenden Betrieb, aber auch danach vielleicht überhaupt erst mal, als Verein dort einen gewissen Grad an Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Dafür brauchst du ja auch überhaupt mal irgendwie so einen Ankerpunkt, weil wenn du da überhaupt keinen hast und einfach hingehst und sagst, hier Eintracht Frankfurt, deutscher Bundesliga-Verein, dann gucken die dich wahrscheinlich mit großen Augen an und drehen sich rum und gehen wieder. Ja, aber den Ankerpunkt kannst du damit halt einfach auch so ein bisschen schaffen. Du bist halt nicht der FC Bayern, den es irgendwie in 248 Nationen kennt. Hast du völlig recht, ja. Aber Marvin wollte noch ein Thema anführen. Ja, ne, ansonsten würde ich nur sagen, dass es im Endeffekt ganz interessant ist, zu sehen, dass die Eintracht den Marc Hindelangen verpflichtet hat. Der Sky-Kommentator, also der kommt ab 1. Juni, Sky-Kommentator und auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Verbandes. Der kommt zur Eintracht und wird neuer Pressesprecher. Also Straßheim rückt dann in eine andere Position, das ist dann die Bereichsleiter Medien- und Kommunikationsabteilung. Ja, da wird auch Posten rumgeschacht, sag ich mal. Aber interessant, weil hinterlange ist ja doch eine relativ prominente Figur, die man natürlich als Fußballfachmann kennt. Interessante Verpflichtung, hoffentlich hat sie mehr Glück als, oder hoffentlich hat er mehr Glück als sein angedachter Vorgänger damals mal, der nie wirklich bei der Eintracht gelandet ist. Ich glaube, war es Olli Forster? Ich glaube, es war Olli Forster, der aufgrund eines Zwists mit Fee nie wirklich in Amt und Würden bei der Eintracht getragen wurde. Also, sind wir mal gespannt. Mich wundert es, dass Hintelang 50 Jahre alt ist. Der sieht noch so jung aus. Genau. Und wir grüßen ihn an dieser Stelle schon mal recht herzlich, weil wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er zuhört, weil der Klaas uns weiterempfohlen hat an ihn. Von daher wird er jetzt wahrscheinlich aus rein beruflichen Gründen hier reinhören. Von daher viele Grüße. Eine Sache hätte ich noch aktuell. Und zwar, ich weiß nicht, ob was dran ist, aber Meier eventuell vor Comeback jetzt, also Comeback in Anführungszeichen, dass er zumindest mal wieder ein paar Minuten offiziell die Schuhe mit der Mannschaft schnürt, in irgendeinem Testspiel, in einem, warte mal, ich suche es gerade mal raus, Geheimtest gegen den FC Katsanka Moskau. Das ist ein toller Geheimtest, wenn man jetzt schon weiß, dass der stattfindet. Ja, keine Ahnung. Das Testspiel gegen das Nachwuchsteam des russischen Spitzenklubs Lokomotive Moskau findet auf dem Vereinsgelände am Riederwald und der Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Das steht noch so mit dabei. Aber wäre ja schon mal eine coole Sache. Klar, er wird uns wahrscheinlich auch in dieser Saison nicht mehr unbedingt spielerisch weiterhelfen, aber moralisch denke ich, ist das nochmal eine geile Sache. Und ich freue mich schon sehr, wenn er mit dem Waldstadion aufläuft. Ja. Wie seht ihr das denn? Ich würde mich auch freuen, aber dann würde ich mich halt eher freuen, wenn man das dann halt nicht in so einem geheimen Ding macht, sondern dann halt einfach wirklich direkt in einem Spiel. Und sei es nur irgendwie, wie wir es damals bei Marco Russ hatten, eingewechselt irgendwie so zum Ende, auch wenn die Situation nicht vergleichbar ist. Aber das fände ich dann eher so dieses, okay, er ist jetzt wieder fit, er ist in der Mannschaft, er kann was tun, aber Geheimtest, also da schreibst du irgendwie zwei Zeilen drüber und ja, nee, fehlt mir der Flair für. Also, ich würde eigentlich nur sagen, dass ich ein Meier immer noch nicht auszählen würde. Okay, gut. Dann haken wir dieses Thema ab und kommen zu unserer Lieblingskategorie und Achtung, Ohrwurm. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Nachdem sich ja einige beschwert haben, dass das so ein Ohrwurm ist und sie das dann die ganze Zeit irgendwie nicht loswerden, war ich so dreist und habe das die Woche einfach unter so ein Instagram-Bild als Hintergrundmusik drunter gepackt. Da wird es den einen oder anderen getriggert haben. Manchmal bin ich ein fieser Hund. So, wir kommen als erstes zur Auflösung des Dummschwitzers der Woche, der letzten Woche. Wir haben wieder 120 Antworten bekommen, was ich eine ordentliche Anzahl finde. Wow. Ich gehe noch einmal kurz durch, wen wir als Nominierten hatten. Da war einmal der Herr Bruchhagen, dann war unser Weekly Nagelsmann, den wir die Woche noch gar nicht auf der Liste stehen haben, nur so mal vorweg. Dann haben wir die LVZ, die Leipziger Volkszeitung, Peter Hess, auch oft gesehen in der letzten Zeit. Dann hatten wir Franz-Josef Wagner, wir erinnern uns alle, grandios vorgetragen von Basti. Dann hatten wir noch die Junge Union und genau, das war's. Und Trommelwirbel gewonnen mit 60,5 Prozent Franz-Josef Wagner. Ah ja, okay. Da kam letzte Woche keiner dran vorbei. Von daher herzlichen Glückwunsch zum goldenen Kalle der Kalenderwoche 10. Und damit würde ich sagen, gucken wir mal, wer diese Woche auf der Nominiertenliste ist. Da ist wieder einiges dabei. Und wir können, glaube ich, auch davon ausgehen, dass in naher Zukunft der Herr Diekmann das ein oder andere Mal hier auftaucht, wir hatten es ja vorhin schon kurz gesprochen, der in Zukunft den DFB in Social Media Fragen und den Herrn Grindel in Social Media Fragen beantworten wird, der ja auch, glaube ich, seit heute oder seit gestern einen Twitter-Account hat, der Herr Grindel. Ja, also da können wir uns schon auf das ein oder andere Schmankerl in der Zukunft einstellen. Aber kommen wir mal zu den Nominierten für diese Woche. Der erste Hörernominierte ist von unserem Hörer Benedikt G5. Und zwar nominiert er die FAZ, die der Eintracht so ein bisschen die Verdientheit des Sieges gegen Hannover abspricht, weil das hätte ja eigentlich gar keine Ecke sein müssen, sondern Abstoß, weil der Herr Wolf war ja als letztes am Ball. Dass da aber auch ein Foul dabei war, das war so ein bisschen außen vor. Also mir, ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht das Thema ziemlich auf den Nerv, weil das ist jetzt irgendwie hoch und runter und tralala und nee, es ist halt so und Tatsachenentscheidung und das Spiel ist rum und Punkt. Können wir jetzt ausstarten, müssen wir aber nicht. Genau, zweiter Nominierter, und den hatten wir gerade eben schon angesprochen, dass wir den des Öfteren haben werden, ebenfalls nominiert von unserem Hörer Benedikt G5, Reinhard Grindl, allerdings nicht über seinen Twitter-Account, sondern war wohl eine Teilnahme auf irgendeinem Presse-Event, wo er sagt, dass es ja ganz schlimm ist, dass jetzt dieser E-Sport von der Bundesregierung geführt wird und dass das ja zu einer Verarmung führt und dass das eine Gefahr für den richtigen Fußball darstellt. Ja, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute, die sich für E-Sport interessieren, die sind einfach auch immer schon irgendwie E-Sport-affin. Ich denke nicht, dass das eine Gefahr ist. Es ist schlichtweg eine neue Möglichkeit, Geld zu machen auch und auch sich neu zu betätigen in einer anderen Art und Weise. Ich glaube, da fehlt dem Reinhard Grindl in einer gewissen Art und Weise auch einfach die Weitsicht. Ja. Genau. Nö, finde ich auch nicht schlimm, aber gut. Aber interessant, gute Nominierung. Also gerade so unsere E-Sport-affinen Hörer werden sich der ganzen Sache ja mal annehmen, schätze ich. Genau. Und wir sind auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Genau. Könnt ihr mal eure Meinung zu dem Thema E-Sport und ... Ist auch so ein Thema, da bin ich ja selber nicht so wirklich drin. Das ist für mich extrem schwierig, da was zu sagen. Ganz ehrlich, ich bin unglaublich schlecht, wenn es bei FIFA, keine Ahnung, vor vier Jahren haben wir Dennis und ich öfter mal gegeneinander gespielt online. Und dann haben wir uns getroffen und so. Das war noch ganz gut. Aber wenn wir dann irgendwie, was weiß ich, gegen andere gespielt haben, die tagtäglich damit beschäftigt sind, haben wir natürlich auch mega abgelost. Also was ... Mir fehlt ehrlich gesagt die Zeit und andere Leute haben eine Affinität dazu, die sollen das machen. Man muss immer sehen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich will aber auch ... Ach, wir brauchen auch nicht so gesellschaftskritisch sein. Immer wurde gesagt, oh Gott, wenn es Videospiele gibt, dann schon ganz früher, schon in den 80er Jahren, oh, dann gehen die Kinder nie mehr raus und so. Naja, glaube ich, es gibt immer noch Kinder, die trotzdem irgendwie Baumhäuser bauen oder vielleicht eine andere Art und Weise. Man muss ja nicht so negativ sein. Und ich glaube auch nicht, dass dadurch der Fußball kaputt geht. Und ganz ehrlich, der Fußball hat so viel Geld. Und wenn er ein paar Euro weniger macht, dann hat Grindel immer noch einen Job. Und es ist ja nicht so, dass es ja jetzt erst irgendwie total aus dem Boden rausgeschossen kommt. Das Thema E-Sport ist ja seit Jahren schon ein großes. Ich kriege das so ein bisschen mit, weil ein Bekannter für mich immer zu den jährlichen Weltmeisterschaften, die es ja schon seit ein paar Jahren gibt, wenn hier World of Warcraft und sowas mit Live-Übertragung und tralala. Und da steckt ja heute schon richtig Kohle drin. Also das ist ja jetzt auch heute schon kein kleines Ding. Der Dennis hier, der hier mit im Podcast ist, der hat vor 10, 15 Jahren, du hast Counter-Strike gespielt. Ja, genau, Counter-Strike. ESPL, etc. Clan-Base. Wir waren da richtig gut mal, ja. Und da hat er, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da hast du doch auch irgendwann mal, weil ihr halt ganz gut wart, habt ihr irgendwann mal einen Rechner kostenlos bekommen. Ja, 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 ja. Du hast damals, das ist wirklich, in den Anfängen war es halt so, ihr habt es ja schon richtig gesagt, da gab es dann mal ein bisschen Hardware, damit du eben noch besser spielen kannst, oder mal die Internetleitung bezahlt. Heute sprichst du ja da wirklich von, ich muss nicht mehr arbeiten, wenn ich gut bin im E-Sport. Ich finde, das ist eine tolle Entwicklung, dass auch der Sport, Sport, denn es ist wie in jeder anderen Sportart sehr viel Training, sehr viel Zeitintensität, Beschäftigung mit der Materie notwendig, um überhaupt diese Leistung bringen zu können. Dementsprechend Respekt auch den E-Sportlern oder E-Sportlern. Ich verstehe jetzt nicht, woher diese, warum beschäftigt sich Grindel mit dem Thema? Gab es da irgendwie eine Änderung? Es gibt ja jetzt in dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung gibt es ja die klare Aussage, dass man das Thema E-Sport fördern will und ihn mehr, zu mehr Bekanntheitsgrad zu verschaffen. Ja, finde ich auch lächerlich, dass er sich da, aber gut, okay, dann also umso mehr Nominierung ist auf jeden Fall gerechtfertigt und zockt ordentlich und macht, wird zum E-Sport-Meister, genau. Aber ganz wichtig, hört dabei den Eintracht-Podcast, da kommt der nicht drum rum. Kann man ja immer noch tun, aber das ist halt einfach eine andere Art der Betätigung, ja. Ich meine, das ist halt, natürlich ist es auch körperlich auch anstrengend, ja, und auch die nervliche Belastung. Ich bin jetzt wirklich kein Experte dahingehend, aber setz dich mal mehrere Stunden dran und sei doch immer noch gedankenschnell. Das ist halt eine andere Art, aber ja, bitte erzählt mir mal, was ist denn an Kugelstoßen so geil, ne? Also jetzt mal, ne, und das ist ein normaler Sport oder Curling oder diese ganzen hier Wintersportarten, die irgendwie gefühlt nur Deutsche machen und die sind die einzigen, die die Medaillen bekommen, weil aber sonst, also ich meine, wollen wir mal mit der Winter-Olympia, wollen wir da mal anfangen? Das sind lauter Randsportarten, die alle, die allermeisten Länder wie Jamaika oder so oder was weiß ich, alle nicht machen, weil die überhaupt gar nicht die Witterungsbedingungen haben und da wird das hier großartig übertragen und da wird sich einer drauf gepaddelt, weil es halt insgesamt fünf Nationen gibt, die so eine Scheiße überhaupt machen, ja, aber bei E-Sport, was du halt vielleicht auch als verbindendes Element sehen kannst, theoretisch, ja, ich meine, weil das Spiel, das ist scheißegal, wo du sitzt, ne? Hauptsache, du hast eine gute Internetleitung, das kannst du auch, kannst du in Taipei genauso so machen, wie in Reykjavik oder so, hauptsache die Internetverbindung ist geil, kann ja auch mal als positiv sehen, aber gut, ich erwarte nicht, dass, dass jemand wie Grindel die Weizsicht hat, ähm, ne, ne, das definitiv nicht, das definitiv nicht. So, dann haben wir ja noch zwei höherer Nominierungen, die nächste höhere Nominierung kommt von Ed, der Sportsgucker, da habe ich einen Buchstaben zu viel drin, und zwar nominiert er, jetzt muss ich einmal gerade gucken, Jochen Köhnen, wird der so ausgesprochen? Ähm, der wohl am Wochenende im Doppelpass gesessen hat und sich nicht vorstellen kann, wie denn bitte schön ein Video-Assistent-Referee aus China und ein Schiedsrichter aus dem Kongo sich überhaupt verständigen soll. Oh Gott, also, was? Okay, was ist los mit ihm? Also, ich verstehe, was ist denn los mit ihm? Ist der befeiert? Also, keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, ich habe den, ähm, Doppelpass, ich glaube, ich habe einfach gearbeitet, ja, dem ist das Beste, was man tun kann, ja, aber ich weiß nicht, naja, gut, es gibt ja Englisch, ne? Ja, genau, aber für ihn vielleicht nicht, vielleicht ist das, ist das im deutschen Fußball oder in, 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 in der deutschen Journalismusbranche nicht bekannt, das ist er noch einmal. Ja, aber wer ist das denn? Ich habe den Namen auch noch nie gehört, muss man den kennen? Wer ist das? Mir sagt das auch nichts, nee. Ist, äh, glaube ich, auch ein, äh, Bild her. Ähm, ja, gut, na dann. Genau. Dann haben wir noch eine Hörernominierung von unserem Hörer Jan Grobi, der, äh, Ralf Rangnick ins Rennen schickt, mal wieder, der, ähm, ich glaube, auch im Rahmen von, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, von Sportschau oder irgendwas, zumindestens ist es von, äh, der Sportschau vorhin, äh, getritet worden, sagt, äh, dass man innerhalb von England, äh, sind quasi 30 Millionen das neue ablösefrei. Ja. Hat er, hat er natürlich einfach. Ja, dann kann er halt auch immer, dann kann er immer verkaufen, dass ablösefreie Transfers getätigt. Ja, das würde an vielen Stellen, glaube ich, dieses Thema mit, äh, hier, äh, Fairplay-Tabelle und so weiter für ihn einfacher machen. Mhm. Genau, also diese Woche kein Weekly Nagelsmann, dafür einen Weekly, äh, hier, äh, Dings Rangnick. Genau, vielen Dank. So, und dann haben wir hier noch einen, eine Nominierte. Ja, genau. Nö, das dürfte ich gewesen sein. Und zwar die Bernadette Weiland. Jawohl. Und übrigens auch eine höhere Einsendung. Vielen, vielen Dank an Frank, äh, der mir das Bild nochmal geschickt hat, denn ich hatte es vor allem im Stadion gar nicht gesehen. Bernadette Weiland, immer noch die, ähm, Oberbürgermeisterkandidatin am Sonntag, liebe Leute, wenn ihr Lust habt, geht mit wählen. Ähm, ist jetzt, ich meine, ich glaube, ich würde, ich würde jetzt mal, ich würde jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die Voraussetzungen relativ eindeutig sind, aber, naja, gut, es gibt halt immer noch zwei Kandidaten, Feldmann und Weiland. Und die O-Bernadette hat sich dazu hinreißen lassen, kurz vor dem Wahlfinale nochmal die Eintracht-Fans zu bezirzen mit einem Plan, mit einem, ja, wie soll ich sagen, mit einem, einem Schild, was unglaublich absurd ist, denn sie hat geschrieben, damit das Waldstadion endlich wieder der Eintracht gehört, Bernadette Weiland wählen. Und wir alle wissen, gerade wenn wir dann die Mitgliederversammlung zuletzt gehört haben, dass das eh, naja, nicht wirklich realistisch ist, man hat sich ja eigentlich auf eine andere Situation geeinigt, eigentlich schon mehr oder weniger, es geht ja in eine ganz andere Richtung und ein wirklicher Kauf von der Eintracht des Stadions ist auch gar nicht mehr geplant, ne, und darüber hinaus ist sie auch gar nicht allein befähigt dazu, darüber zu bestimmen, aber man sieht einfacher Stimmenfang, ich würde mal sagen, hat sich ja wieder ein Eintracht geschafft. Ich hänge das Bild auf jeden Fall irgendwie rein, damit wir es uns angucken können. Genau, da würden wir dann mit verlinken, genauso wie... Aber diese, also ganz ehrlich, diese Wahlversprechung, was ist denn los mit diesen Leuten, was soll das denn immer? Also ich meine, ich brauche doch nicht so blöd sein und zu denken, wenn ich irgendjemanden wähle, dass er dann irgendwie der Eintracht das Stadion schenkt. Also, also, aber was, also da zweifle ich manchmal wirklich am Intellekt der Leute, die gewählt werden wollen, ob die wirklich denken, dass Wähler so einfach irgendwie zu beeinflussen sind. Also ich meine, das ist auch nur eine Oberbürgermeisterposition. Der hat nicht das Sagen über alles und ich meine, es gibt ja darunter immer noch eine Schicht vom Stadtparlament, die, das ist ja im Endeffekt auch dementsprechend entscheidend. Ich kann also, also manchmal kann ich nicht nachvollziehen, dass Strukturen so simplifiziert werden, also das erschließe ich mir nicht. Egal. Aber deswegen die Nominierung. Genau. Berechtigt. Definitiv berechtigt. Haben wir noch weitere Nominierte? Ich bin durch. Ich habe auch niemanden mehr, nein. Gut, dann findet ihr, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, wie immer eine Abstimmung in den Shownotes zur aktuellen Folge, da sind auch soweit vorhanden alle Links zu den Begründungen für die Nominierung, könnt ihr euch durchklecken, könnt ihr abstimmen, ihr habt wie immer Zeit bis nächste Woche. Ja, und natürlich, natürlich ist es so, dass wir die gute Doro Bär im Hinterkopf behalten für irgendwie größere Dinge, ja, denn wenn natürlich der Internetausbau jetzt nicht ausreichend ist, dann müssen natürlich die Flugtaxis her, aber gut, da werden wir ein andermal nochmal freudig drüber sprechen. Ja, den, den muss ich mir sowieso nochmal nachlesen, weil da bin ich heute nicht dazu gekommen, ich hatte nur gesehen, dass inklusive dir Marvin jede Menge Leute Bulli-Parade und Space-Taxi getwittert haben, was mich dann wieder mit dem Ohrwurm getriggert hat. Ja, das ist schlimm, ne? Ja, das ist fürchterlich. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Damit sind wir aber dann quasi auch bei den Empfehlungen und da haben wir auch einiges an Hörer-Empfehlungen bekommen und zwar als erstes kam das, glaube ich, per Slack, also hier in unserem Live-Chat von dem Schlappes Schampes, der empfiehlt das Finale des Karabao Club oder Cup, das nämlich live kommentiert wurde auf The Zone von Nils und Eddie von den Rocket Beans ist jetzt auch im Nachgang auf YouTube veröffentlicht. Er sagte so sinngemäß, naja, Spiele muss man sich halt anschauen wollen, aber die Kommentare müssen wohl recht gut gewesen sein, also wer sich das nochmal vielleicht auch durchgeskippt mal anschauen, anhören will, der findet das auf jeden Fall auf YouTube und wir packen den Link mit in die Show-Note. Ich habe übrigens eben gerade sehr gelacht, als ich festgestellt habe, beziehungsweise als Basti getwittert hat und festgestellt hat, dass er eine Red Bull Leipzig geblockt hat. What? Ja, saugeil, die roten Bullen aus Leipzig haben Basti geblockt bei Twitter, ah, da hat er wohl ein bisschen zu viel getrollt. Ja, das ist ja nicht der Erste, der ihn da auf die, auf die Stelle wieder besetzt hat. Ja, aber dass so ein offizieller Account so mimosenhaft ist, ist natürlich auch ein bisschen bitter, wir kennen ja auch im Muten oder so, dann juckt er einen ja nicht, aber gut. Ja, aber dann wäre doch jetzt die nächste Hausaufgabe für Basti und damit wahrscheinlich auch sein Lifetime-Award. Wenn das jetzt wirklich der bestätigte Twitter-Account von Reinhard Grindel ist, ist zu schaffen, dass er da jetzt auch noch geblockt wird, oder? Dann hat er sehr, sehr gespannt. Er ist ja wirklich, ist ja wirklich jetzt schon, ja, verifiziert und das sollte viel Spaß bringen in der nächsten Zeit. Ja, genau. Also Basti, wenn du das jetzt hörst, Hausaufgaben sind klar, wir wollen mal nächste Woche hören, wie weit du da bist. Genau, da haben wir noch eine Hörerempfehlung und es ist wieder der Hörer, er super hält, der will sich hier diese Woche tatsächlich auf die Streberbank begeben und er empfiehlt einen Artikel. Ich hätte ihn eigentlich mal einladen können, wenn er so oft da hier... Ja, das hat ja bei dir damals auch funktioniert und dann bin ich nie wieder losgeworden. Ja, ich finde, also beim Steuern, das können wir echt mal gerne machen, also ich meine, der würde ja auch aus dem Exil sprechen und gerade wenn es dann mal einer weniger ist oder der Basti nicht da ist, dann würde ich sagen, das können wir echt mal demnächst mal anpeilen, so Richtung Saisonende. Okay, genau. Jedenfalls empfiehlt er den Artikel in der FR, den ich vorhin schon kurz angeteasert hatte, eben unter dem Titel, verliert der Fußball den Kontakt zur Basis. Ich fand einen ganz spannenden Artikel, könnt ihr ja nochmal durchlesen und vielleicht auch mal eure Meinung dazu in den Kommentaren oder auch über die Social Media kundtun, würde mich in der Tat interessieren, was also eure Meinung dazu ist. Dann habe ich noch zwei Empfehlungen, die dritte, weiß ich nicht, die würde ich Basti überlassen, wenn er dann nächste Woche wieder da ist, ist ja noch genug Zeit. Ich empfehle einen, wie überraschend, einen Podcast und zwar die aktuelle Folge des Rasenfunk, habe ich gerade eben vorhin zu Ende gehört, da war der Hubs zu Gast, der ja auch schon mal hier bei uns mit dabei war, von daher Schwerpunktthema HSV, was ich einfach... Ja, ich fand es aber ganz interessant und zumal der Hubs jetzt ja auch nicht nur da immer eine ganz ordentliche Meinung dazu hatte, sondern generell zu vielen Dingen eine ganz ordentliche Meinung hat und besonders sympathisch hat es ihn gemacht, als er seine Meinung zum Thema Leipzig ausgeführt hat, wo er auch relativ klar gesagt hat, dass fußballerisch ist das eine, aber alle Menschen, die da irgendwie rumhängen, als offizielle Vertreter von Leipzig eher so in die Kategorie unsympath fallen für ihn. Das hat ihn wiederum sehr sympathisch gemacht. Genau, und dann habe ich noch eine Musik-Empfehlung und zwar... Ja, du gehst aber heute ab, meine Güte. Ja, nach Podcast-Cop-Musik, das ist so. Mesh-Up Germany, wie der Name schon sagt, ist so eine Reihe von Mesh-Ups, gibt es jetzt seit zehn Jahren, ist jetzt gerade eben der aktuelle Promomix 2018 raus und ich habe ihn noch nicht gehört, aber die anderen waren alle hervorragend, von daher kann man den ungehört empfehlen. Sehr gut. Ja, gewagt, gewagt, aber ich bin gespannt. Was gewagt, da ist nichts gewagt, da ist nichts gewagtes dran. Ungehört empfehlen, Musik, naja, naja gut, viel Erfolg auf jeden Fall. Ja. Genau, habt ihr noch was, was ihr empfehlen wollt? Ist er denn noch auf irgendeinem, sag ich mal, Abo-Kanal zu hören, also Spotify? Spotify ist er normalerweise mit dabei, ja. Okay, gut, Dankeschön. Vielleicht empfehlen uns der René nächste Woche irgendwie die Bravo-Hits 3.600. Die Bravo-Hits 100, genau. Nee, Bravo-Hits war nie mein Fall. Ja, nee, ne, eher der Hugo-Partymix oder irgend so was. Ich dachte, Kuschelrock. Nee, auch nicht, auch nicht, aber ich habe... Die Coupé, Sexy Times oder sowas. Nee, aber ich habe mit draußen in der Garage, wo meine ganzen CDs lagern, weil sowas hatte man früher, liebe Kinder, ja, nach den Kassetten gab es die CDs, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, habe ich hier Maxi-CDs, kennt ihr auch noch, ja, ist ja nur... Oh, sehr gut, sehr gut. Du fandst Maxi-CDs ganz gut, hast du da gehört, dann nenne ich mein Kind doch einfach so. Ja, könnte man jetzt meinen. Ich habe irgendwo hier noch das Lied, was Freddy Bobic damals aufgenommen hat, als er bei Stuttgart... Ach du Scheiße. Und dafür hast du Geld ausgegeben. Dafür habe ich definitiv Geld ausgegeben, ich habe es auch tagelang gehört. Ich habe aber auch hier noch die Kombination Lotto King Karl und Roberto Blanco habe ich auch. Ja? Also bei Musik kenne ich mich aus, liebe Leute. Alter, ich muss mal mit deinen Eltern reden, du hast eindeutig zu viel Taschengeld bekommen. Was denn da los? Was denn? Was denn? Naja, gut, okay. Zum Glück haben wir jetzt hier keinen Musik-Podcast, das würde bitte enden. Ja, es wäre wahrscheinlich auch gematechnisch schwierig, aber falls Herr Bobic es dann doch irgendwann mal schafft, hier in die Runde zu kommen, würde ich die CD rausholen und gleich live einspielen. Mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall, ich denke, das sollte man tun, definitiv. Das sollte man definitiv tun, ja. Nur gut. Haben wir noch weitere Empfehlungen von euch, wenn ihr hier schon mich so kritisiert? Nein, du bist nur ein gefundenes Kissen gewesen. Nicht mehr zu toppen. Nö, ich habe, nö, ich will gar nichts, will gar nichts. Willst gar nichts. Gut. Wenn der Marvin gar nichts will und Dennis auch nicht, dann würde ich sagen, machen wir die Kategorie auch zu und sind damit auf der Zielgeraden der aktuellen Folge. Das heißt, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Ihr habt ja noch die Aufgabe, 93 zu hören. Die kommen ja diese Woche ein bisschen später, wenn es denn kommt. Von daher wäre das eine gute Überbrückung dann auch noch für die nächste Woche. Und dann wünschen wir allen denen, die es am Sonntag auf sich nehmen und nach Dortmund zu fahren, was natürlich jetzt auch mit einem 18-Uhr-Spiel auch wieder nicht so einfach ist. Es ist noch nicht ganz so fies wie an einem Montag, aber für den einen oder anderen. Es ist schon ein bisschen ungeil auf jeden Fall. Ja, ich meine, ja, so Sonntag ist... Du bist halt auch erst irgendwann... Sturmhaft um die Ecke Dortmund. Ja, ja, es kommt drauf an, wo deine Ecken sind, ne? Ja, aber ich meine, das ist halt trotzdem... Aber ich meine, für welche Mannschaft macht man das nicht... Oder Gegner macht man das eigentlich noch lieber. Ich meine, Dortmund ist dann schon ganz cool und ich denke, da hast du schon ein ganz schönes Spiel. Bin mal gespannt, wie die sich irgendwie präsentieren, aber der Eintracht hat alle Chancen. Und wir schauen erst mal, ob die Konkurrenz überhaupt irgendwie sich die Punkte wirklich holt. Also ich bin mir unsicher, also wenn ich da mir anschaue, wie die anderen Partien so aussehen, ach naja, da bin ich relativ optimistisch. Ich glaube nur, dass die Bayern uns leider enteilt sind. Ja, mittlerweile ist da nicht mehr viel zu machen. Das könnte eng werden. Könnte, ja, das könnte ein bisschen eng werden, aber ansonsten ist da noch alles irgendwie drin. Genau. Ja, ja, könnte, weiß nicht. Naja, der Fluch, der Leipziger Fluch, können ruhig weitergehen. Ja, das definitiv. Die Kollegen von 390 haben es ja so ein bisschen gedrinkst. Nur gut. Genau. Aber wir wünschen, wie gesagt, allen, die nach Dortmund fahren, eine angenehme Auswärtsfahrt. Bringt Punkte mit. Und ansonsten würde ich sagen, melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.